Bei diesem Stand wollen wir gerne einen umsetzenden Stempelüberschlag umsetzen. Wir werden einen Stempel in den Kofferraum einbauen, sodass der Wagen sich nach vorne überschlägt. In der Fahrt. Gut, Daniel, ich wollte, dass du die weiße Linie fährst und dann stück ich 3, 2, 1, go. Gut, Baby, dann mach dich mal fertig alles. Ich bin der Daniel Holz, bin 24 Jahre alt, habe hier vor zwei Jahren in der Stunttechnik angefangen. Mein Vater hat hier früher in der Firma schon gearbeitet. Der Adrenalinfaktor ist der Wahnsinn. Ich bin ehrlich, habe ich meistens bei den ersten Zeiten wirklich noch Angst gehabt davor, weil ich halt überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich freue mich auf den Stunt. Wirklich. Also es werden Erfahrungen mehr, die ich dann machen kann. Bin mit meiner Sache dann sicherer. Ja, es wird geil. Weiß ich jetzt schon. Alles Hot-Shotten, wenn ich dir sage. Wir gehen alle rüber auf die Position. Uwe, kommst du auch zu uns, dass hinten keiner ist für den Stempel. Okay, let's go. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Das ist einfach zum Beispiel der Effekt beim Überschlagen. Du fährst darauf zu und denkst, oh wei, jetzt gleich passiert es, gleich passiert. Und das geht dann so schnell und der Effekt, wo du gerade fliegst und du kriegst das mit und denkst, boah geil, das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, dass er vielleicht wirklich eine komplette Drehung schafft, 360 und dann wieder aufschlägt. Das wäre das für mich persönlich das optimalste fürs Bild. Daniel, bitte ab. Daniel, bitte ab. Und drei, zwei, eins, go. Oh, geil! Safe die Zugriff, safe die Zugriff. Hammer! Ich hab ja nicht gedacht, das ist einfach geil. Hier, safe. Safe das mal aus. Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut, ne? Wahnsinn, wie der abgegangen ist. Boah! Daniel! Wuh! Wuh! Salto montale! Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Alles super, ja. Dankeschön. Geil. Richtig geil. Ja, war geil. Ich glaub, ich hab einen kompletten Flip gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall sehr geil. Hat Spaß gemacht. Will ich sofort wieder machen. Es ist der Hammer. Ich find das einfach geil, ey. Es ist schön, wenn dann die Spahnung runter geht, alles optimal gelaufen. Alles schön, dann ist das so geil. Guck mal, jetzt die Reaktion dazwischen. Guck mal, die ist geil, ey. Ja, richtig abgegangen. Schön die Schnauze glatt. Ja. Schön. Ja. 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 Ja.